Die sechste Antenne Thüringen Vereinsmeisterschaft hier im Ahromberg Hotel Friedrich Roda. Mein Name ist Jens May und ich zeige euch mal so ein bisschen, was auf euch wartet, wenn ihr es schafft, noch eine der drei Plätze zu ergattern. Ein ganzes Wochenende Party, Spaß und 2000 Euro Preisgeld. Dazu ein paar Wettbewerbe, einfach gut überstehen und welche das sind, das zeige ich euch jetzt. Wettbewerbe Ja! Einmal heraufworderung, wenn wir hier schon am Herzen der Friedrichsburger sind, die Thüringen das größte Hotel in dem Pool, dann heißt es einmal eine Bahn hin und zurück. Und das nach der ersten Party nach morgens um sechs Uhr. Also, ihr seid herzlich eingeladen, wir werfen euch in die letzten drei Plätze. Ihr seid jetzt schon richtig, ob habt ihr jetzt schon wieder hier oder auf Facebook. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020